Es ist nicht immer möglich, eine Standard-Duschabtrennung im Bad zu verwenden. So war es auch bei diesem Badezimmer im Dachgeschoss. Sehen Sie selbst, wie wir diesen ungewöhnlichen Raum gestaltet haben. Aufgrund der Dachschräge haben wir eine maßgefertigte Duschabtrennung eingesetzt. Was waren die Anforderungen? Gefragt war eine geräumige Duschkabine in rahmenloser Bauweise mit einem komfortablen Einstieg. Wie haben Sie das erreicht? In diesem Fall haben wir eine Schwingtür mit festem Segment der Serie Solva Pro verwendet, welche die Möglichkeit der Innen- und Außenöffnung bietet. Welchen Vorteil hat das? Der Vorteil ist, dass Sie die Duschtür nach innen schwenken können und somit Platz sparen. Das ist zum Beispiel eine tolle Lösung in beengten Räumen. Außerdem lässt sich die Duschabtrennung optimal entlüften, wodurch Schimmelbildung erschwert wird. Hier im Dachgeschoss konnte keine Standard-Duschabtrennung eingebaut werden. Wie wurde in diesem Fall vorgegangen? Dies erfordert eine Maßanfertigung, bei der es notwendig ist, die Ecke genau auszumessen. Bei der Planung achten wir sehr auf solche Details. Selbst ein paar Millimeter Unebenheiten am Boden, an den Wänden oder an der Decke können ausgeglichen werden. Wann erfolgte das Aufmaß? Der beste Zeitpunkt für das Aufmaß ist nach dem Verfließen der Dusche. Dann kann auch idealerweise die Farbe der Duschabtrennung perfekt an die Fließenfarbe angepasst werden. Hierfür bieten wir eine große Farbauswahl. Das war auch hilfreich, da das Bad bereits zum Teil ausgestattet war. So konnte das Design der Dusche perfekt auf die Armaturen und Accessoires angepasst werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017